Hallo zusammen, auf das Tiergut. Ich komme aus dem Berner Oberland. Auch weil ich so viele Filme mache. Ich finde es voll cool. Ja, es ist einfach der Fun. Ja, es ist der Fun. Und hier im Berner Oberland haben wir so Fun. Alle sind so witzig und haben so einen coolen Dialekt. Das finde ich voll geil. Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Ja, ja. Wir sehen uns. Tschüss miteinander. Ciao. Peace out.